TAUT Willkommen in der Welt von TAUT Heilige Scheiße Äh Da oben ist jetzt meine FPS-Anzeige Ich kann da gar nichts lesen Heilige Spielbeenden werden wir oft drücken Wenn es geht schlecht Darum Begleitz Psyche Psyche Der Schrank ist leer Nein, man hat mir alle meine Kleider geklaut Jetzt muss ich nackt rum Oh ja nackt Das Spiel macht mir jetzt schon Angst. Dann gehst du jetzt nicht aus dem Klo. Ach, dass der Fernseher da an ist. Warum ist die Atmosphäre so böse? Warum ist der... Ich wollte schwarz sagen. Der Schornsteinfeger, natürlich. Ähm... Es könnte sein, dass wir gleich gefickt sind. Oh Gott, Leute, ich sehe schon Gespenster. Natürlich ist draußen Nebel. Ich habe ein wenig Muffensausen. Hier ist die Telekom. Wir haben ihr Volumen begrenzt. Ach Gott, die Telekom ist schwarz. Ne, das Telefon. Ich dachte, der Toaster klingelt. Du darfst ruhig schneller laufen. Dann ist die Atmosphäre auch nicht ganz so krank. Ist okay. Wie lange klingelt der denn? Ich hätte schon längst aufgelegt, wenn keiner rangeht. Mein Gott. Oh, ich kann mich... Hallo? Ich werde die Spiele nie wieder anrühren, denn ich habe Angst.